Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Paprigate mit roten Rüben und Krähen. Paprigate mit roten Rüben und Krähen sind ein leckeres, wenn auch nicht sehr bekanntes und selten gegessenes Gericht mit den geriffelten Pfeifenköpfen einer Pastasorte. Das Gericht verdankt seine schöne rote Farbe dem Farbstoff der roten Rübe, dem Betanin, das man als Naturfarbstoff für Lebensmittel E162 verwendet, es ist allerdings nicht sehr hitzebeständig. Wie sollte es anders sein, darf auch bei diesem Gericht mit roten Rüben der gut dazu passende frisch gerissene Krähen nicht fehlen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Rote Rüben 600 Gramm kleine rote Rüben, netto Gewicht, geputzt, gekocht und geschält. Liter Wasser, ein Esslöffel Salz, ein Esslöffel Kümmelsaat. Rote Rüben Gemüse und Soße Zwei große Schalotten Zwei Knoblauchzehen Vier Esslöffel guter Weißweinessig 300 Milliliter gute Gemüsebrühe, notfalls auch Würfelbrühe und Wasser. Vier Esslöffel gutes extra natives Olivenöl. Paprigate Halbe Kilogramm Paprigate Den Sud der gekochten roten Rüben Vier Liter Wasser Vier Esslöffel Salz Garnitur Frische Krenstange BD frischer Schnittlauch Weitere Zutaten Falls nötig, etwas guter Weißweinessig Gutes extra natives Olivenöl Salz Frisch gemahlener Pfeffer Folgende Utensilien werden benötigt Messer Schneidebrett Einige Schüsseln Küchenbürste Topf mit Deckel Küchensieb Großer, breiter Nudeltopf oder Topf und ein Küchensieb Einige Pfannen Einige Pfannenwänder Käsehobel Küchenreibe oder feiner Gemüsehobel Küchenpapier Zubereitung Vorbereitung Rote Rüben Die roten Rüben gut unter warmem Wasser abschrubben und die Erde entfernen In einem ausreichend großen Topf das Wasser mit dem Salz zum Kochen bringen Die roten Rüben und den Kümmel zugeben und das Gemüse im Salzwasser etwa eine Stunde weich kochen Sind die roten Rüben weich, das Gemüse abgießen und überkühlen lassen Die nicht mehr allzu heißen roten Rüben schälen Zum Schluss die roten Rüben in etwa 5 mm dicke Scheiben und dann in einem Zentimeter breite Streifen schneiden Paprikate Für die Paprikate in einem großem, breiten Topf den Sud der roten Rüben mit dem Wasser und dem Salz zum Kochen bringen Je ein 100 Gramm getrockneten Nudeln ein Liter Wasser verwenden, 8 Gramm Salz zugeben und brodelnd aufkochen lassen Die Pasta zugeben und leicht wallend im Salzwasser laut Packungsanleitung gut noch etwas zu al dente kochen, siehe auch kochen von Pasta Rotes Rüben Gemüse und Soße Rotes Rote Rüben Gemüse und Soße